Neun YouTuber, aber zwei Verräter. Wer die sind und was für Events, Special-Reihen, Bonus-Items und Secrets es hier gibt, seht ihr heute in Minecraft Wolf. Wolf ist offiziell zurück mit dem noch größeren Mod-Pack und einer größeren Gruppe als je zuvor. Lass einen Like da und abonniert mich, damit wir zusammen die 1,7 Millionen knacken. Aber jetzt erstmal, wer sind denn die neuen YouTuber? Hey Leute, das ist wieder mal Chaos 40 und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von einem theoretisch neuen Format Minecraft Wolf 3. Ja, wir haben ein neues Wolf und heute dabei sind ganz, ganz viele Leute. Stell euch mal vor, hier hinten haben wir den Kian. Moin, Leute. Mit dabei ist Trinan. Hi, was geht ab? Mit dabei ist Rhyne. Ich bin ein Läut. Mit dabei ist Ryan. Yo, was geht ab? Der Bruder von Rhyne. Hey, Ryan. Ich lach dich weg nachher. Hey, Ryan. Ihr habt fast denselben Namen. Und mit dabei ist Easy Cheesy. Ja, mich kennt man doch gar nicht. Mit dabei ist Lukas. Was geht, Leute? Und mit dabei ist Logo. Yay. Jürgen, was ist mit deinen Augen los heute? Ich habe mich extra heimisch gemacht. Mit dabei ist Sandy. Hi. Und ich habe so ein großes Line-Up, hatten wir noch nie, Junge. Ein halbes Konzert hier. Crazy. Und wir starten heute. Boom. Wir haben brandneues Wolf. Okay, Akerum. Wir haben jetzt, wir sind neun Spieler. Wir haben zwei Wölfe. Die Wölfe müssen alle Schafe killen. Die Schafe sind unschuldig. Und wir müssen rausfinden, dass Schafe die Wölfe sind und diese eliminieren. Aber es gibt auch eine neutrale Rolle, die geheim ist, die gegen alle anderen ist. Wir können rumlaufen. Wir haben hier Crates. Zum Beispiel hier eine Holz-Crate. Da finden wir zum Beispiel Schwerter oder Wérumen. Es gibt drei Wérumen. Es gibt Gold. Es gibt Gold, Smaragd und Rubin. Und wenn ihr R drückt, öffnet ihr einen Shop. Und da könnt ihr quasi viele Sachen kaufen. Ihr könnt aber auch weiter drücken zum Emerald Shop und weiter zum Rubin Shop. Und es gibt auch einen blauen Shop für Soul Crystals. Denn wenn der Wolf ein Schaf killt, dann kriegt er einen Kristall. Ich gebe dem Wolf 5 Euro Paypal, wenn er mir sagt, dass der Wolf... Wer ist Hirte? Oh stimmt, gibt es eine Hirte? Das ist wie Detective. Oh, Rhyde ist in der Test. Oh, ich bin ein Schaf. Er ist Wolf. Rhyde ist ein Fake. Oh, come on. Oh, Rhyde ist ein Fake. Ich glaube, das ist ein Fake. Der Wolf kann sich aber auch ein Item kaufen. Gibt ihr wieder Kisten? Ja, ja, ja. Es gibt neue Maps, das ist quasi easy für dich oder für die, die schon mal Wolf gespielt haben. Es ist ein brandneues Wolf von Schummel erstellt. Also grüß genauer an Schummel, der hat sich ja richtig Mühe gegeben. Und warte mal, ich muss aufpassen, weil wir hören uns nur... So, der erste Randomizer, willst du ihn benutzen? Nein. Oh my God. Der erste Randomizer. Nein, ich war da schon drin. Oh, Idiot, Event. Dropped it. Manche Spieler werden zufälligere Items fallen lassen. Nein, ich will nicht. Okay, das Ding ist, wir hören uns in dem Game nur in der Nähe. Also wenn wir mehr als 16 Blöcke weggehen, dann hört man einen nicht mehr. Also, es kannte, dass gerade jemand gekillt wird. Ich bin Flos Bodyguard. Yo. Ein Bizeps, zwei Bizeps. Boah, da ist doch nicht mal ein Schwert in deiner Hand. Ey, das stimmt doch wirklich. Oh my God, Leute, es ist 12 Uhr. Das heißt, ein neues Video von Chaos Crew ist gerade online. Lassen wir alle einen Like dafür, mehr folgenden Minecraft-Wolf. Ich will das vielleicht noch mal mit noch ein paar mehr Leuten machen. Easy, es gibt by the way... Es gibt by the way auch... Ich bin die Königin von Minecraft-Wolf. Meine Untertanen. Ich habe eine Hose gefunden. Yo. Ich habe eine Schwert für Sie. Man sieht nicht... Ja, gebt mir eure Geschenke. Man sieht nicht, was für Rüstung die anderen tragen. Rüstung ist durchsichtig. Leute, nehmt eure Hände hoch. Oh nein. Der Typ mit der Waffe ist... Jo, nein, bloß nicht. Hilfe. Ich gucke mal, was es hier gibt. Easy, es gibt wieder wieder Beleber. Ja. Oh, 20 Emeralds hat Drain hier schon. Wait, für 40 Smaragde können wir rausfinden. Der gibt uns zwei Namen. Einer davon ist Wolf und einer nicht. Also wir können uns einschränken. Cool. Ich habe erst 8 Smaragde. Warte mal, wo ist Logo? Woher habt ihr denn die Anstrengungen? Warte mal, warte mal, wir sind nicht vollständig gerade. Die, die gerade nicht da sind, sind doch Sass. Sass, ja. Das stimmt, das stimmt. Es gibt bei dem auch Knöpfe versteckt, die zu Secrets führen, wo Secret Crates sind. Das ist die höchste Stufe. Oha. Smaragde. Oh, das ist schon cool. Brauchst du Smaragde, Flo? Dir vertraue ich. Dir vertraue ich. Kian, Kian, hast du Smaragde? Wir überred' dich gerade. Ich hab auch noch welche. Wir überred' dich gerade. Das ist richtig cool. Ich habe Leute aus verschiedenen Aufnahmegruppen hier zusammengewürfelt. Das ist sehr interessant. Das Ding ist, checkt mal alles nach Secrets. Also wenn der erste Secret findet, der ist der coolste offiziell. Okay, ich lauf mal raus. Ich suche jetzt mal ein Logo. Stimmt doch gar nicht. Das Ding ist, die Secrets aus der alten Map. Warte mal, hörte das? Oh, Flo, 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 Flo. Ruhig, ruhig, ruhig. Was? Ich hab mal so ein Störsignal gehört. Hä? Oh, ich hab ne zweite Roste für dich. Oh, ich hab noch gar nichts. Ich hab ein Special Item, damit sieht man, wer Wolf ist. Riding ist frei. Oh, ich hab eine richtig klasse Kiste gefunden. Hör, warte, wo? Kian hat Secret. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott, was? Warte mal, wenn der Wolf im Chat schreibt, ist es dann immer noch rot? Wie war das nochmal? Ich bin der Coolste. Yo, genau stimmt, so ein blauer Knopf. Das ist ein Secret-Button. Oha. Warte, drück mal. Oh nein! Oh nein. Nein, Flo, achte. Mach auf. Mach auf. Hä? Aber, hä? Ey, Hilfe, Hilfe! Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Flo, guck mal, was da drin ist. Oh, warte mal, was? Oh mein Gott, es sind Totems. Oh, mein Gott, es sind Totems. Okay, warte, ihr könnt die nehmen. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Netherite-Schwerf, war da drin. Wann? Crazy, Netherite-Schwert. Ey. Okay, wir haben wieder bei seinem Unboxing. Komm mal, ich habe Totems. Totem ist wie so, also. Ich habe auch ein Totem. Also Totem in Minecraft Wolf ist wie so eine Lootbox. Ich habe Tier 3 und Tier Fragezeichen. Schwert, oh was? Ich habe Schwerte und Sterblichkeit. Zehn Damage. Wenn ich jemanden schlage, kriege ich Regenerierung. Und Rechtsklick gibt mir wie ein Gold-Aufel-Effekt. Oha. Ey, ich habe eine Diahose für jemanden, wenn die einsammelt, gewinnt. Oha. Warte, ich habe noch Totem-Tier-Fragezeichen. Fragezeichen? Hä? Warte, ich habe eine Diahose. Nein, bist du ein Kaktus. Ich wohne schon ein Kaktus. Es ist jeder in der Nähe. Wird jetzt... Oh mein Gott, okay, ich hab... Logo, umarm mich. Umarm mich, Logo. Kaktus, ich habe noch ein Trämen. Warte, Flo, geht das wieder weg, der Effekt? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ey, aber das ist cool, dass man eine Rollen kriegen kann, natürlich. Oh Gott, komm mir nicht zu nah. Okay. Wait. Easy getesten. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Wir haben noch kein Starskarnix. Aber es ist doch noch keiner gestorben, oder? Ne, ne, also wenn jemand stirbt, hört man, du hörst deinen Schrei. Wait, wait. Habt ihr drei Emeralds? Habt ihr drei Smaragde? Äh, ich hab drei Smaragde, ja. Oh mein Gott, warte mal. Ich gönne mir jetzt sowas. Du kannst auch aufwerten. Du kannst auch Rubies kaufen für Emeralds. Ah, Flo, geh weg. Ich wollte eigentlich nur was geben, weil... Das sind die Steuern. Aber ich hab sowas gefunden. Kannst du mal wieder was anfangen? Randomizer. Was passiert? Minus 30 Sekunden plus 10 Emeralds. Ey, danke. Oh, da ist ne... Da ist ne coole Kiste. Die hol ich mir. Ich bin Beyblade oder so. Wait, warte mal. Gibt's Emeral... Äh, Enderperlen? LOL. Ich kann nichts dagegen machen. Ich dreh mich. Ah, jetzt. Was? Beyblade oder rolle? Yo, ich hab Rubies. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier, hier, schnitt. Komm mal. Boom. Oh, warte, warte. Ey, das ist so krass. Secret, secret. Jungs, ich hab ein Secret. Oh mein Gott. Deswegen, sie hören mich jetzt einfach nicht mehr. Ey, das ist so krass. Oh, ich hab den Topsfluch. Oh mein Gott. Warte, Totem ist hier vor. Gibt es eine neue Rolle? Ich bin Gigajet. Junge, Totem. Fahre jetzt, ich geb dir meine Rolle. Du bist ein Gigajet. Arnie wäre stolz auf dich. Ich hab Resistenz jetzt. Junge, was ist hier alles drin? Guck dir das an. Ich hab... Der Topsfluch wird nicht so umhauen. Start ein zufälliges Event. Oh, wie krass. Man kann doch... By the way, Crates füllen sich neu auf nach 20 Sekunden oder nach 30. Leute, Leute. Ich hab den Ultra-Loot bekommen. Ich bin kein Wolf, ich schwör. Leute, guck mal. Ich hab Event-Starter. Ich kann Event starten. Ach, Mann. Wait. Schwarzmarkthändler. Schwarzmarkthändler. Okay, warte. Irgendwo auf der Map... Okay, der booste mich. Irgendwo auf der Map ist ein Villager gespawnt, der OP-Trates hat. Also sucht ihn. Okay, ich geh hoch. Nein, der Rollen-Schwert. Ey, ich weiß nicht, ob ich das springe. Ich hab ja schon mein Immortality-Schwert. Das Ding ist... Ich hab ein bisschen Angst. Also ist noch keiner gestorben. Ich glaub, wir haben immer Wolfe. Wir haben zwei Wölfe. Und wir haben zwei neutrale Rollen. Ich hab einen Soul-Klüssel bekommen aus der Chest. Lukas, Lukas, komm mal mit. Ja, ja. Da hinten, der schwarze Markthändler. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn. Oh mein Gott, warte, lass mal mit dem Schönen... Was brauchen wir da? Warte, lass, 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 lass. Ey, du machst mir Schaden. Digga. Es kann nur eine Person rein. Yo, ne M24. Warte mal. Crystal Heart. Was brauchst du, was brauchst du? Guffe, ne. Warte, warte, warte. Nee, ich kaufe jetzt Potions hier. Die hat so viel Stuff. Stamina Potion, Guffe. Ich werfe mal Reine mit Guffe ins Ab. Nein, das ist nicht mehr. Er klotet uns keine Zeit mehr, ne? Oh, ich hab schon alles. Oh, Leute, ich hab gestorben. Ich hab was Cooles für dich. Er ist doch tot. Was? Also ich. Noch mal ein Event? Jo, jetzt leuchten alle. Wo sind alle? Da hinten, die sind alle da vorne. Wollen wir zu denen gehen? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich hab so viele Items. Warte, hier, hier, Lukas, Lukas. Ja? Hier, boom. What? Okay, das ist nur ein Krieger. Wir haben jetzt Bomben. Ich hab ein Schwerst für dich, wenn du möchtest. Hey, Blue. Keine Kohlenz, ich hab was. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Jo, ey, das kannst du doch selber machen. Kick mal. Ey, du tust mir weh. Auf, bitte. Ich bin kackt. Bist du bereit? Mach's mal. Was passiert? 20 Emirates bekommen. Jo, guck mal, was ich trage. Ich hab einfach so ein Herzgüter. Ich hab jetzt 5 Herzen mehr. Boah, crazy. Ist schon jemand tot, ne? Oder? Oh, warte, ich hab was richtig cooles. Ich hab was richtig cooles. Warte mal. Kommt mal alle mit. Jo, was? Stell dich um. Unterstellen, unterstellen. Oh, du machst mehr Damage. Ich hab mich auch. Ich hab mich auch. Hast du auch ne M4? Ja, ja, ja. Randomizer? Oh, mein Gott. Plus den Emeralds. Warte, Trinand, komm mal. Ja. Oh. Ey, was ist das? Ey, die anderen. Das haben wir so komische Effekte. Trinand, hier. Was ist das? Inverse. Oh, wir brennen immer noch. Ups. Ey, ich hab immer noch 30 Sekunden Vergiftung, Darkness, alles. Okay, warte, komm mal. Ich hab jetzt ein Item. Ein zufälliger Spieler kriegt dann ein Jumpscare. Oh, oh. Wer ist es? Ich hab ein Herz. Äh, was macht der? Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Reiny, Reiny, Reiny. Reiny, Reiny, Reiny. Ja. Guck mal, ich hab ein Item, der kriegt ein zufälliger Spieler einen Jumpscare. Ey, das hab ich auch, das hab ich auch. Mach mal. Ja, es ist Lukas. Der macht diesen Blumenkauf. Was? Ich hab das auch. Ich aktivier das. Oh, wer ist es? Wer hat es bekommen? Seht ihr das? Ich hab den Kürbis auf. Der zeigt mir so richtig. Ja, ja. Der zeigt dir, der zeigt dir den aggressiven Tobias. Warte mal. Es ist Curse of Binding. Ja, nee, es geht weg nach der Zeit. Flo, hast du auch extra Herzen? Was ist? Hast du auch so extra Herzen? Ja, ja, ich hab auch diese Herzdinge. Ich auch, ich auch. Flo, schau dir mal meine geilen Schuhe an. Amethystschwert, warte mal. Wait, oh sorry. Sorry, sorry, ich wollte nur testen. Warte mal, das macht Area of Effect Damage. Ist Flo etwa der Wolf? Nein, ich bin's nicht. Also das kacke. Wait, Logo a drip. Logo a drip einfach. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab die übelsten Drip. Warte mal, warte mal. Leben noch alle? Weiß ich nicht. Warte, warte, warte mal. Ich mach auch wieder Beleber. Oh, ist fehlgeschlagen. Okay, also es leben noch alle. Es leben noch alle. Ich könnte, oh mein Gott. Man kann sich einen Wolfsucher holen. Ja, mach mal, mach mal. Soll ich mal einen Wolfsucher holen? Getreidesamen. Ja, der Wolf ist ein bisschen, der Wolf ist ein bisschen ein Lamer-Wolf. Das hat doch nicht wirklich viel gemacht. Mach mal. Wir können, dann werden zwei Namen angezeigt. Einer von denen ist ein Wolf. Mach mal. Lukas oder Easy Cheesy. Lucas oder Easy Cheesy. Hat jemand schon versucht, jemanden zu killen? Weiß ich nicht. Vielleicht sind schon welche. Also, vorhin war Ryan tot. Und Easy Cheesy hat Ryan vorhin geholt. Warte, erinnere mich. Wirklich? Ryan, du bist wieder mit dem vorhin? Stimmt. Und sie meinte so, oh, das war aus Versehen. Lass mal Easy uns das Dings tot machen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Ups. Da ist mir der Finger ausgerutscht. Aha. Alter, warum sterbe ich? Werde ich Kaktus bin. Wo ist ne Leiche? Wo ist ne Leiche? Wo, wo? Hier unten. Was? Wait, warte mal. Das heißt, es leben nicht mehr alle. Ja, wann war denn hier bin ich vorhin gestorben? Das kann meine Leiche sein. Das ist meine. Achso, man hört nicht, wenn jemand tot ist. Ja, das dachte ich auch. Man hört das. Ich hab von der Skule 1, nämlich ich hab nen Lebensretter. Gib mal Tester. Gib mal Tester. Oh, oh. Oh, man kann sich nur einmal testen lassen. Jemand ist tot, jemand ist tot, jemand ist tot. Oh, testen, ja. Tiedern. Ich bin ein Schäfchen. Okay. Höh, nein, ich hab nicht. Ich hab den Dreher, ich hab den Dreher. Ich hab den Dreher. So, du mich drehst. Mich drehst. Was waren Items los? Oh mein Gott. Was will ich jetzt mit der Waffe nicht? Oh mein Gott, sorry. Oh, 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 ey. Ich hab's verflogen. Ich will testen, ob man den 360-Banker. Ich will das Logo in den 360-Banker. Tester geht. Ja, ich will auch, dass Logo testen geht. Okay. Da oben, da oben war Lukas gerade. Ja, es ist safe Lukas. Ah, aber wer ist denn grad da umgegangen? Wer ist grad da umgegangen? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Nein! Okay, rein, 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 rein. Junge, das Klima. Oh, heutzutage. Kian hat so ne Sense gehabt gerade. So ne richtig... Ja, das ist ne Wolf-Eitem. Das ist ne Wolf-Eitem. Der war da oben, der war da oben links. Was ist denn ganz weit gestorben? Hä? Warte, hier vorne ist Kian. Kian, 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 was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Kian! Kian, geh in den Tester. Ey. Kian, geh in den Tester, jetzt sofort. Hör zu. Ey. Was war das? Was war das? Was war ich? Kian, geh in den Tester, sofort. Warte. Er will nicht, er will nicht, er will nicht. Oh. Hat er sich gerade erst mal gegangen? Er ist noch nie pa. Er ist noch nie pa. Damals, die, 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 die. Yo! Ich seh sein Nassel. Ich hab den Flash-Bank. Ich hab den Flash-Bank. Ich hab den Flash-Bank. Ocean Days, Ocean Days. Ich seh gar nix. So, warum hast du uns geflasht? Mir reicht's. Oh mein Gott. Ich schieße. Warum hast du Granaten? Flo, wir haben Granaten. Wer ist es? Wie ist jemand tot? Ich bin's nicht. Yo, hier hat jemand ultra viel Loot. Flo, schweißt du Granaten auf uns? Irgendwer von euch ist es. Ich war schon, ich konnte, ich kann nicht mehr, ich war schon testen. Aber warum schmeißt du Granaten auf mich? Oh, warte, warte. Nein, der Wolf hat, also der andere Wolf hat gerade Lukas wieder gelebt, wenn Lukas es war. Und Sandy. Sandy, du lebst wieder. Sandy, Sandy, Sandy. Sandy. Ja, ja, hast du meine Sachen geklaut? War das deine? Ups. So, ja. Danke. Und mein Schwert? Danke. Ich glaub, das waren deine Sachen. Sandy. Danke schön. Easy. Hallo Flo. Ah, hast du den? Oh Gott. Ich glaub. Flo, bist du der Mörder? Nein, bin ich nicht, aber ich dachte, es wäre easy. Ah, oh mein Gott. Hör ab, oh, 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 oh. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Sandy ist richtig sauer. Ich habe mich angegriffen oder wer andere. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Lukas. Aber easy ist es nicht. Guck mal, alle Spieler vor dir leuchten für kurze Zeit. Das hat easy das Item gehabt. Ah. 18-1 da drüben. Oh, wie spannend. Lüder, ist mal ein Like da? Das kommt jetzt öfter. Da geht's jetzt raus. Ja. Oh, ich sehe die Sense. Oh mein Gott, Flo ist es. Der Tester direkt am Anfang. Nee, nee, Flo kann nicht sein. Flo war direkt im Tester. Hör mal auf, wieder zu mir leben. Wir müssen rausfinden, wer es ist. Der Wolf, wieder belebt die ganze Zeit. Flo, alle sagen, du bist es. Ich bin's nicht. Mein Items. Oh, nicht schon wieder. Oh, wir droppen Minters. Wait, eine von ihr habt eine Kartoffel. Ihr müsst ihr abgeben. Am Ende von der Event stirbt ihr, der sie noch hat. Ryan? Ich hab die auch nicht. Ich hab die nicht. Okay, es ist okay. Ryan, hier, hier, hier. Oh, danke. Nein, weg, weg. Die Lohung hat sich eine Kartoffel. Nein, nein, nein. Was ist denn Deaths? Wait, der Tausch. Jucka, wir haben drei Events. Was passiert hier? Heiße Kartoffel. Oh mein Gott. Ich bin's nicht, oder? Ich hab aber Soul-Crystals. Ich glaub, das hab ich aus Items bekommen. Ich bin scharf, steht bei mir. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich glaube, es ist Lucas und irgendwer anderer. Aber es kann auch eine neutrale Rolle geben. Also. Ich geh jetzt rechts. Du bist es! Was machst du? Okay, erklär, warum ich dich nicht killen soll. Ja, wieso? Ich hab dir doch alles gegeben und alles. Wieso? Hä, wieso solltest du... Ich hab dir doch das... Du hattest die Sense. Das ist ein Wolf-Item. Die Sense? Ich hab die Sense gar nicht. Wow. Er hat die Sense wirklich nicht. Warte mal, es hatte irgendjemand gerade vorhin eine Sense. Nein, nein, nein. Ryan, ich bin's nicht geschwört. Ich dachte, er hatte die Sense. Okay. Warte mal, warte mal. Wer hat gesagt, dass er eine Sense hat? Vielleicht hat der andere gelogen. Meinst du nicht, jemand Kian hat eine Sense? Ich dachte, Lukas. Aber echt, ich... Ich bin so verwirrt. War das, glaube ich, oder? Der meinte, Kian hat eine Sense. Ich weiß es nicht. Irgendwer schleicht sich an. Hier ist jemand unsichtbar! Das ist das Gute am Kaktus... An der Kaktusrolle. Okay. Wie viel Leben noch? Flo. Okay, Kian, Kian, Kian. Die Leute sagen, du hast eine Sense. Du bist der Wolf. Er hat die Sense. Das ist ein Wolf-Item. Aber ich bin doch nicht der Wolf. Warte doch. Stopp. Hä? Das hat doch nichts zu bedeuten. Er war die ganze Zeit mit mir unterwegs. Er hat niemanden umgebracht. Also, ich sag dir... Er ist ein Beide, Wolf. Guck mal, was hast du... Das könnte auch sein, Ryan. Hallo? Ja. Ryan, glaub mir, vertrau mir. Es ist Flo. Ich kenne ihn. Ich bin's wirklich nicht. Aber wo hast du die Sense her? Ich war Testler direkt zu Beginn. in diesem Zufallseitem bekommen. Aber das ist ziemlich strange, Flo. Du bist dann nach oben gegangen. Und dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Und plötzlich ist jemand gestorben. Nein, nicht wegen mir. Achso, ja. Ich habe ihr sie gekillt, weil ich dachte, sie war es. Weil die direkt neben dir waren. Kian, du warst da doch gar nicht drin. Okay. Ja, Flo doch auch nicht. Nee, doch. Ich war ganz zu Beginn. Ja, aber wo ist... Aber Lukas könnte auf der Waffe... Geht rein, 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 rein. Oh. Haltet die Waffen bereits. Höh. Aber er könnte sich auch mittlerweile... Er könnte sich mittlerweile das Item gekauft haben. Er kann was gekauft haben. Ja, aber wo ist denn Lukas? Lukas soll in den Tester, weil der ist... Das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe ihn aber schon gekillt. Du hast ihn schon gekillt. Lukas tot, ja. Logo, wenn euch testen. Doch, war ich vorhin schon, aber ich kann nochmal reingehen. Was? Höh. Logo habe ich gerade gejobbt. Schafspelz, du wirst nicht mehr für einen Wolf gehalten. Wer hat das? Logo. Das habe ich in der Reiche gefunden. In welcher? Wo? Die liegt da hinten. Wenn man durch das Tor geht. Warte, das heißt ein... Ein... Ein Dings ist tot ein Wolf, angeblich. Warte. Rundes Unheil. Habt ihr den Effekt auch? Nein. Nein? Warte mal, Rainer, hat jemand dich verflucht? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Flo, sage ich ehrlich. Will jemand den Randomizer ausprobieren, eigentlich? Unboxing. Oh, klau, klau, klau. Ja, easy habe ich gekillt. Leute, in fünf Sekunden ist bei mir drohendes Unheil. Das drohende Unheil, was? Drohendes Unheil. Jemand ist tot, jemand ist tot, jemand ist tot. Hey, was ist das? Leute, Peter Pan, wir sind Peter Pan. Hilfe! Warum fliege ich so schnell? Ich check's nicht. Oh, vielleicht kommen wir da an diese Ding da ran. Luftkampf. Radioaktivität. Rainy, Rainy, Rainy. Ich vertraue dir. Rainy, wer ist das? Bro, ich weiß es nicht. Kieran war gerade... Wait, guck mal, guck mal, guck mal. Das sind zwei Leute da hinten. Siehst du die? Oh? Ja. Wer ist das? Es sind die, die jetzt nicht da sind. Warte. Leute, seht ihr die durch die Wand hinten? Das sind zwei Leute. Die müssen es sein. Die müssen es sein da hinten. Was? Wo? Seht ihr die? Da schiebt jemand. Stimmt. Oh, mein Gott. Wer ist das denn? Ihr seid's. Ich weiß, wer es ist. Es ist easy, es ist easy. Es ist easy. Es ist easy. Lunge, was? Ich krieg Schaden. Achso, Flo, Flo. Warte, Leute, ich sterbe das. Flo, wie sagst du mich getötet? Ich geh rein. Hä? Achso, ja, weil ich dachte... Du hast mich davon getötet. Ich dachte, du lügst mit der Sensor, aber das hat wirklich gestimmt. Sorry. Ich kieran hatte die. Es ist easy, es ist easy. Jo! Die sind aber auch, was explodiert gerade. Es ist easy, es ist easy. Hör mir zu, Flo. Ich hatte einen Lebensretter. Easy hat mich angeschossen. Und ich wurde dadurch getötet. Ja, ja, Lebensretter rette dich nur, wenn der Wolf bei dir ist. Ja, es ist easy, es ist easy. Safe. Okay, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, ich hab sie auch voll gekillt. Wo ist sie, wo ist sie? Da oben, da oben. Hä? Flo, ich seh sie wo hier, sie seh wo hier, sie seh wo hier, sie seh wo hier. Sie war hier irgendwo, ja, ja. Da war mein Kill schon richtig voll. Oh! Lunge, was passiert hier? Sie ist gleich tot. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Hier. Wo ist sie, nach vorne? Ich hab sie gleich. Ich seh sie, ich hab sie. Ja! Nice. Oh, sie hat einen Soulcrystal, guck mal, das kriegt man nur, wenn man das Wolf in Killt. Ja, ja, ja. Sie hat eine SVD. Junge, was ist das? Autosniper. Ganz wichtig, ich hab einen Helium Flamingo. Was? Aber warte, warte, warte. Die Runde ist noch nicht aus, es muss noch wer sein. Ich bin für Lukas, das ist Lukas der Zweite. Okay, meine, Reini, ich vertraue dir, Reini, komm mal hier. Meintest du denn, es gibt noch eine... Ja, oder Flo, einer von beiden. Nee, es kann auch sein, dass die Wölfe tot sind. Warte mal. Ich war immer wiederbeleber. Tridan oder Easy? Nein! Wir haben Easy wiederbelebt. Easy und Tridan beide. Was? Wo ist Easy? Wir haben gerade einen Wolf wiederbelebt. Sind ihr dumm? Was ist... Ich wollte Tridan auch wiederbelebt. Ist das ein Wolf oder was? Aua. Ja, Easy ist Wolf. Sind wir relativ sichert. Ich sag, der Zweite ist Lukas. Easy... Ich hab gesehen, wie Lukas und Easy zusammen geredet haben. Okay. Sie hat ja nicht umgebracht. Hä? Aber Lukas wollte doch vor, dass die ganze Zeit das Easy Wolf ist. Das war frech. Lebensreffer, perfekt. Ja, wir haben den Kick verloren, Jungs. Mittels, komm, wo ist Easy? Die ist irgendwo gespawnt. Oh nein. Rabatt! Rabatt! Jo! Alle Items sind günstiger. Erstmal shoppen. Erstmal shoppen. Oh, muss Easy noch mal killen. Kämpflerwester? Du musst Easy noch mal killen. Ja, wo ist die? Ja, warte, 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 Radioaktivität. Warte, aber Easy lebt ja wieder. Hey! Ich kann die keinen Schaden machen. Holt Easy. Ich kann die keinen Schaden machen. Hä? Mach die keinen Schaden. Hö, sie hat... Nee, sie hat irgendein Item. Sie hat irgendein Item. Hold easy. Hold easy. Ich hab keine Bode mehr. Ich hab keine Bode mehr. Ich hab keine Bode mehr. Oh nein. Come on. Ich hab Torte was gelöst. Ja. Ja. Sie war's glücklich. Oh, sie. Oh, sie. Das heißt... Ich war die ganze Zeit richtig. Ich war die ganze Zeit richtig. Ja, du hattest die ganze Zeit recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie cool das ist. Krass, krass, krass. Leute, lasst mir alle ein Like da. Lasst alle ein Like da. Abonnieren für mein Mindshow-Volf. Vollkommen nächste Woche raus. Bis zum nächsten Mal schon bei einem vorbei. Und tschau, Leute.